Einer von uns ist ein Olympiasieger und ein toller Mensch. Als kleiner Junge hast du die Geinfahrer entdeckt. Dein Papa hat ihn dir als grosses Interesse geweckt. Deine ganze Familie hat dich stets unterstützt und begleitet und gesehen, wie du über die Picha bist begleitet. An Schuppenstunden hast du dich in den Ostangowald investiert und hast du Mengst-Training auf der Moosalpa durchgeführt. Schritt für Schritt bist du deinen Weg weitergegangen. Nach Rückschlägen hast du dich immer wieder gefangen. Die Olympia hast du dich dieses Jahr kennenzulernen und hast zwei Olympische Medailles kennenzulernen. Als Olympiasieger können wir dich hier begrüssen. Ein unglaublich schönes Gefühl werden alle dieses Fest geniessen. Mit Herzblut sind wir alle mit dir dabei. Es ist wunderbar, im Fanclub von so einem tollen Mensch zu sein. Wir gratulieren dir zu deiner tollen Leistung und sind weiterhin in deinen Rennen dabei mit voller Begeisterung. Für die Zukunft wünschen wir dir viel Glück und Gesundheit. Mit deiner Art machst du uns sicher noch viel Freude. Und hast du mal einen Gedanken zu viel im Kopf, den dich? Die Welt ist manchmal einfach bierweich. Ramon, wenn es dir mal nicht geht, dann bräuchst du einen wahren Freund, der zu dir steht. Der Freund kommt bestimmt aus deiner Heimatregion, weil das sind die Leute von dieser schönen Mosalp-Region.